so das stream läuft würde ich mal sagen und wir sind wieder in deinem like drin zusammen mit dem sheriff ich guck einmal weg und der sheriff springt dort ein scheiß crane hoch nicht wahr crane was machst du da ok challenge accepted mal gucken ob ich ist in der zeit schaffe dich zu junge das lassen sie jetzt weiter die hauptquests machen kommst du ich sehe auf jeden fall nach unten verschwindet wirst du wieder hoch aus und dann gesprungen die ersten kamen rein was geht jade knows where we might be able to get more antizen i'm supposed to meet in one of the box cars near the school was geht na wo to kum was ist jetzt gerade musik an das neue nebenquests die hier erschienen sind unten oder was okay let's go junge komm jetzt junge ich habe die tasten vergessen wie man was man hier alles machen kann das ist nicht gut oh mein gott ich habe die ich habe die steuerung was komplett vergessen weil wir das schon lange nicht mehr gezockt haben fack wie machen wir noch mal die drop oh ja wow du spielst das mit gamepad ja man wir haben zu lange das spiel nicht mehr gespielt ja man wir haben zu lange das spiel nicht mehr gespielt so junge wie weit müssen wir denn laufen mein gott oh gott das ist nicht gut ich bin auf dem highway und hier sind sehr viele zauber und es wird auch langsam dunkel ne weißt was das scheiß ja ja wir hätten uns wir hätten schlafen legen sollen wir hätten uns schlafen legen sollen oh mein gott okay komm hier ihr müsst es sehen wie auf den arsch zu stehen scheriff ja bruder normal ja jana arto guckt auf arsch vom im-game charakter wir müssen uns um die rote zu schauen ok was ich bin nicht äh gute question wenn es Antizen wir brauchen es äh was müssen wir überfallen jetzt oder was ja 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 ich hab gesehen das ist nicht gut ja Punkte Bro Ich bin schon sucker für Punkte ey D hat er ernsthaft überprüft ob er noch lebt ich habe doch mein maschinengewehr das ist das hauptgebäude ja das habe ich schon gesehen das ist das hauptgebäude das ist das hauptgebäude das hauptgebäude das hauptgebäude ich schaffe das schon also diese polizei fans sind nicht einfach zu knacken ich hab's gefunden ja perfekt nice und was haben wir hier drin der hilfe kit oh mein gott was hast du ok warte ich muss mal kurz mein inventar checken kannst du kurz protecten kurzes klappmesser ne brauche ich nicht lieber den polizeistock der da ist der macht 85 schaden nice das müssen wir da noch umklettern alter kann er nicht hochklettern oder was junge oh nein oh fuck mich hat mich hat so ein komisches oh mein gott oh mein gott man kann da nicht hoch oh mein gott oh mein gott äh bro warte ich versuch dich zu äh ja bei mir mich verfolgt auch grad ein ding oh warte ich lebe dich hier so wieder so lauf ouch bei mir ist auch so eins oh mein gott ich los schnell auf den dach oh mein gott fuck mein gott oh scheiße ich bin tot warte hast du die erweitern für dein geliked ja ich hab deinen geliked the following was geht allen bei euch ja wir sind grad gestorben ja schön was für ein blödem dämlicher tod war das denn jetzt und wir sind unnormal weit weg von dem ne von der quest entfernt ja guck mal wie weit weg wir gleich sind was für ein dämlicher beschissener tod ich hasse das wenn man so stirbt hm hab ich doch warte welches licht meinst du kann da nicht oh warte wie switcht man da ah ok oh da ist er da so warte wie macht man das nochmal an scheiß ich hab's vergessen warte ich weiß nicht mal wie man granaten und so wirft aber ich hab die taste vergessen warte ich muss mal schnell den optionen nachgucken äh ach da tasten zuweisung bewegung aktion ok treten wurf alttaste bei alttaste passiert nichts mein gott ey das gibt's doch nicht steuerung tasten zuweisung oh mein gott das war mittlere maustaste oder oh ja ja ich hab's herausgefunden wo bist du wo bist du ich bin auch hier oh mein gott ich bin drin ok was ist grad so intensiv ich hab keine zeit in den chat gerade rein zu gucken schaffst du's ey lass alle ghostplay in den chat schreiben wenn was du rein sch- alles klar ghostplay hat mit dem spiel hier nichts zu tun gerade edelstein oh so ich bin ready lass reingehen wunderbar ich weiß krass hab ich doch hier ist nichts mehr guck mal über uns der dickste sensor button warte wie macht man nochmal den sensor button warte oh ja sehe ich gerade über uns sind zwei ne und da vorne ist auch gerade einer so sollen wir rein nice jack nose entführt aliens jack nose kann mit durchfall furzen oh jetzt kommen die jack nose witze jedes mal wenn wir mit deinen gleich spielen kommen die jack nose witze ja oh jetzt müssen sie ihn aufpassen ich hab meine waffe schon parat oh ja liebe band k k ok momentan ist hier keiner Okay, hier ist nichts mehr zum einsammeln, ne? Oh mein Gott. Alter. Ich habe hier gerade einen Schrank weg. Hier ist keiner. Aber hier gibt es Stuff zu holen. So, mein Handy ist gerade ausgegangen. Dann kann ich nicht wieder in den Chat gucken. Ja, aber die Leiste wird nur im Stream angezeigt, nicht bei mir hier. Damit man später im Video dann lesen kann, ne? Ah, okay. Deswegen habe ich ja den Chat so und damit andrauch. Hä? Deswegen habe ich es transparent gemacht. Man sieht nur die Schrift mehr nicht. Oh, Stromkabel. Wodka, nein. Was? Wo? Wodka. Wo? Oh, geil, Zigaretten. Oh, geil, Zigaretten. Aber kein Wodka, was soll das? Ja, ich habe mich am Schluss. Alter, hier ist keiner. Das ist noch nicht der Kür. Oh. Okay. Sind wir rein? Ich kann nicht durch diesen Weg. Oh, willkommen in der Vase, Army. Wenn das letzte Ort ist, will ich auf der Nacht sein. Kaffee. Oh, was ist denn hier drin? Dietrich? Okay. Oh, nice. Chemikalien, Sprühdose. Was haben wir hier drin? Plastikteil. Was haben wir hier? Oh, Zigaretten, Alkohol. Also mein Sensor erfasst noch keinen, keine Person hier. Was haben wir hier? Plastikteil, Trockenobst. Was ist hier? Feuerzeuggas. Alter. Bro, das auf dem ganz oben. Ach, ich soll surprise machen. Bro, ich glaube, hier kommen gleich welche. Also so sieht es hier aus. Also du musst mal kurz gleich in die Schränke gucken. Die habe ich alle aufgemacht. Da muss Stuff rumliegen. Ja. Hey, was geht? Guten Abend allerseits. Guten Abend. Und sorgst du auf PC oder PS4? Natürlich auf PC. Wir haben keine PS4. Habst du? Ich gehe schon mal vor, ne? Oh, hier sind ganz schön viele Leichensäcke. Oh, da kommen gerade welche. Oh, oh. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur die Tür aufgemacht. Versteck dich im Dunkeln. Warte, warte. Ich schieße ihn gleich ab, wenn er durchkommt. Halt dich bereit. Nur. Ich habe ihn in den Kopf geschossen. Warte, ich kann nicht, wenn du da gegen ihn kämpfst. Er ist tot. Hä? Ne, der hat eine Eisenstange gehabt. Wo sind die? Ja. Einer tot. Zweiter tot. Mach mal. Wir haben alle nur Dings. Äh. Oh. Oh mein Gott. Ey, yo. Oh, One-Shot. Ich habe One-Shot-Kill bei dem gemacht, Alter. Das ist doch gut, wenn man eine Waffe hat. Jetzt, ob hier drin Zombies kommen. Ja, aber wie kann es sein, dass die Zombies kommen, wenn alles gesichert ist von denen hier. Theoretisch gesehen alles gesichert. Oh, da hinten kommen gerade. Da hinten sind welche. Die schmeißen Molotows. Aber ich höre auch die Zombies. Lass mal erst mal die Räume abchecken hier. Ein bisschen looten. Was? Ich sehe keinen Zombie. Danke. Geh schon mal weiter, ne? Oh. Da ist einer, der sieht uns nicht. Hab ihn getötet. Boah. Schön, ein Maschinengewehr zu haben. Was hat der für eine Waffe? Die haben alle keine Schusswaffen. Ja, dafür bin ich schon mal prepared hier. Weißt du, der Typ tritt hier die ganze Zeit gegen die Tür, ne? Und ich mach dir einfach easy auf. Weißt du, was denkst du ist besser? Xbox oder Playstation? Was? Ja, Playstation. Also ich war immer der Playstation-Fan. Ich geh schon mal die Treppen hoch, ne? Was? Da hinten sind welche. Keine Sorge, ich clear das schon, ne? Ich hab die Gun. Ja, ich bin schon nach rum gegangen. Oh mein Gott, hier sind Zombies. Oh mein Gott. Oh! Warte, bleib weg. Ich schieße die schon ab. Die ist tot, oder? Ja, aber trotzdem. So, weiter looten. Und den. Oh. Ne Männer-Toilette. Sind hier Zombies? Ne. So, mal gucken, ob in der Frauen-Toilette Zombies sind. Nö. Aber hier sind Zigaretten. Oh, nice. Hm. Oh mein Gott. Oh, das ist ne Falle gewesen. Na, ist auch zu blitzen. Keiner tot. Komm her. Komm halt mir. Gut. So, ich glaube, für die hole ich noch kurze Pistole hier raus. Das Gute ist, man kann die... Oh mein Gott. Keiner Hurensohn. Wir müssen irgendwas in der Bibliothek suchen. Durchsuchen Sie den Raum, okay? Jaden, keine Glückwunsch mit den Antizen. Sieht so, dass wir uns über die andere Optionen sprechen müssen. Ich habe trotzdem Classroom C zu suchen. Das Gute ist ziemlich groß. Find die Schlüssel. Ich will dich unten in der Nähe treffen. Mhm. Ja, wir müssen jetzt weitergehen, ne? Ja. Okay. Okay. Das war so, dass wir in der Aktion. Oh ja. Ich dachte schon, hier werden Zombies drin. Ist hier irgendwas? Nö. Was hat man jetzt gehört? Das ist gebackt, den Schrank hier wegzuschieben. Ich habe den Schrankart weggeschoben. Oh. Okay. Anscheinend hat, äh, hat Dings, Zombie-Adress den meisten gefallen. Also ich werde Zombie-Adress demnächst wieder machen. Oh. Da kommen gerade ein paar Zombies. Äh, geh mal kurz weg, Bro. Geh kurz weg, Bro. Ich habe eine Granate geschm... Ich habe doch gesagt, Bro, geh weg, Bro. Ja, danke, Bro. Danke, Bro. Versteht mich, du bist noch ein bisschen... Als Woll. Ich habe... Ich habe gesagt, geh weg, Bro. Und du so... Okay. Bestige Gaming schreibt. Quasi-Tour, könntest du mal Dione wieder machen? Was? Erst nächstes Jahr. Ja, das ist... Oh, mein Gott. Oh, das ist ein Runner. Das ist ein toter Runner. Bro, kommst du gut? Klar, dort? Ich loote hier gerade noch ein wenig, ne? Der Zerstörer. Alkohol. Was geht, der Zerstörer? Oh, da ist ein Buch. Okay. Ich habe ein Buch genommen. Wofür ist das? Sag mal, wo du das gefunden hast. Komm mit. Da hinten. Ich habe die Schränke aufgemacht, ne? Da hinten. Ganz hinten. Ich gehe schon mal weiter, ne? Halt viel Stromkabel. Alter, hier gibt es ganz schön viel Stuff zu looten, ne? Okay. Ich habe irgend so ein Buch aufgehoben. Okay. Okay, hier ist nichts mehr. Wir können weitergehen, ne? Oder? Ist hier noch was? Maximilian, Junge. Warum zockst du das? Anstatt ein Ghost-Planer? Halt's Maul. Nein, nix da. Warum, Arthur? Halt's Maul. Oh mein Gott. Äh. Bro. Ich wusste selber nicht, dass das funktioniert. Ich habe echt nicht gedacht, dass das funktioniert, Bro. Junge. Ich habe das nicht gedacht. Ohne Witz. Ich wollte sagen, geh weg und ich schießen ab. Nur so nö. Warte, hier waren wir doch schon, oder? Ich weiß auch nicht. Ja. Ah, stimmt. Wir hatten ja den Schlüssel aufgehoben. Ja, komm wenigstens rein, damit ich die Tür... Hinter dir, hinter dir! Ich habe die Tür zugemacht. Noch rechtzeitig, Bro. Junge, das wäre, ähm, schlimm ausgegangen. Alter. Das war knapp. Also, was kann ich mir jetzt so schön... Maximilian, Sheriff, wichtige Frage. Hast du mich lieb oder ne? Okay. Maximilian, Junge. Maxim... Ach so, Maximilian, Junge, das ist doch den, den du... Ja, ja. Ja. Ich habe meine Kinder immer nie. Oh, ihr Alter. Junge. Restige Gaming, was du... Was ist dein Verfall? Oh. Alter. Hä? Also, du bist weiter runtergegangen schon. Sag doch, dass du fertig geworden bist. Wir müssen nicht da hin, oder? Ah, Bro. Tot. Das war ein böser Zombie. Äh, geht doch nicht zu ihm! Naruto-Kunst sind frei. Gesundheit. Was waren jetzt eigentlich dein peinigster Moment? Boah, Alter. Ich habe mir zwei Gedanken gemacht, aber ich... Ich weiß einfach gerade nicht, was mein peinigster Moment war. Also, einmal hat Arthur in der Schule gefurzt und jeder hat gelacht. Wow, also, ich wurde es auch so, also, ich schäme mich nicht dafür, das ist natürlich. Aber es war ein sehr flüssiger Kapitel. Ja, und? Dann ist... Dann war es halt eben flüssig. Oh, Alter. Oh, Alter. Warten auf andere Spieler. Letzter Stürmer, wie geht's dir, Basel? Mir geht's gut und selber. Arthur? Hä? Oh, wo wir sind. Das ist mein Element. Dein Element auf den Arsch zu stammt, oder was? Ja, die du? Ja, sicher. Ja, Alter. Was geht, Molly? Oh, wer kommt denn jetzt da rein? Oh, ich glaube, jetzt wird's krass, ne? Ja, ja. Don't be ridiculous, wir fighten sie zusammen. Und riskieren, sie zu so viel Ordnanz? Nein, einfach gehen. Ich habe das. Ich bin zurück in der Tower. Oh, Fisch. Hi. Hi. Du warst nice. Hör auf den Arsch zu stammt. Oh, wie kommt... Alter. Alter. Natürlich, ich versuche, ich versuche, einfach gehen. Maximilian, was ist das peinlichster Moment, als war, als war, als sie seine Mutter Weischt, wusste, dass seine Raketenwehr verlerbt werden. Was? War, wie ich losgehe. Was tun, unsere Waffe ist noch nicht, Alter. Tot. Julian, hi. Ist das nicht schön, eine Waffe zu haben, ey? Aber hast du nicht gesagt, dass die Schusswaffen haben werden? Erst noch nichts zu sagen, dass wir da haben. Tot. 2HTV. Also, ich bin jetzt schon 50 Jahre alt. Oh, nice. Ich bin jetzt schnell, schlauer. Oh. Warte mal. Hm? Kommst du? Äh, Bro. Ich mach mal kurz die Tür für dich auf. Oh. Wow, da waren jetzt so drei Stück. Egal, das Spiel ist davon ausgegangen, dass wir keine Schusswaffen haben noch. Der Zerstörer, bitte spielst du. So, mir, Andreas, wird noch folgen. Kommst du? Diese drei Meter. Maximilian, die Frau im Hintergrund. Meine Frage ist, wieso stockst du nicht mit? Was ist das denn? Das sind die Worte gespielt an. Aber wieso haben die Angst? Aber wieso haben die Angst vor Menschen? Schleichen sich zurück zum Turm. Ja, das ist schon eine schöne Kost. Oh, nice, man kann ja direkt auf dem Highway springen. Bro, ich renne schon mal los, ne? Frau Kat, hi. Kroon, du sagst, wir müssen über andere Optionen sprechen, um die zu enttäuschen. Und wir werden, aber jetzt mit diesen Explosiven, okay? Okay, ich will nicht, wenn du nicht mit den Schusswaffen hast. Und du hast eine gute Frage, dass du nicht mit den Schusswaffen hast. Oh, will do. Don't worry. Don't worry. Wie geht's gut, und dir, Lukas? Oh, Gott, nicht. Ja, doch, mir geht's gut. Lüge doch nicht. Wir sehen, dass du so traurig bist. Wieso sollte es mir nicht gut gehen, hä? Heilat. Hä? Ich hab mir das noch geflogen. Wieso bist du gestorben? Was hast du gemacht? Dann. Uba-Cham, grüß mich. Nein. Uba-Cham möchte immer gegrüßt werden. Und talk's, honey. Hi, wie geht's? Ciao. Ciao. Hi. Sieg heute ist ihr nicht. Alles klar. Nani? Nani? Was ist das? Nacht überlebt. Kommt da an. Oh, ich bin Sheriff. Extra Points. Oh, Nacht überlebt. Ich bin 11, Mann. Ja, tut leid. Wir schlafen nicht tagsüber so wie du. Was hast du? Maximilian, große Frage an alle. Diese Zeit, wie kann ich mich übergospeln? Lukas, mir geht's auch gut. Er immer so. CryhardTV, grüß mich bitte auch. Was geht, CryhardTV? Weil er cryt hart. 25 Euro sind falsch, 2,50 Euro sind falsch, schwarz. Was? Ehrlich? Hey, Vasi-Tour, magst du Mayonnaise? Was mag ich? Mayonnaise. Mayonnaise? Mayonnaise ist besser als ketchup. Sehr zerstörbar. Kennt Johnny, Hanf, Vasi? Was? Halt. Kurzes Fischermesser, okay. Oh, ich sollte mal mit dem Inventar ein bisschen aus... Wo kann man eigentlich überflüssige Items denn hinpacken? Wo? Da, wo man schläft, oder was? Ah, Tatsache. Wann kommt der nächste System? Ha, ha. Ah, da, du hast recht. Äh, okay, was packen wir schon mal weg hier? Cricket-Schläger, klasse... Baseball-Schläger, Cricket-Schläger packe ich weg. Da haben wir... Markus Kraus. Hey, grüß mich bitte mal. Bester Mann, Sheriff stinkt. Sheriff stinkt. Ey, da stimme ich Ihnen zu. Hey, sei so... Oh. Hey, wo ist mein Polizeistock? Ach, da, oben. Okay, ich wollte schon sagen. Vasi-Tour, welche Mission fahren in Dürn besser von Grillstreifen oder von 9000... Was? Keine Ahnung. Wie findest du Boruto? So, alle wer... Boruto ist nice. Also, ich bin positiv überrascht. Was? Echt so, wir Y sind um immer besser. Der von Grillstreifen-Gesicht und von 9000-Erik. Ich fände Grillstreifen-Gesicht und, äh, Dings gut. Und 9000-Erik. Und 9000-Erik. Ich bin ständig... Ich stinke... Und man kann sich jetzt eine Feuerwehr-Axt kaufen, ne? Aber die ist fucking teuer, Alter. Cry-Heart-TV. Komisch ist, ich gucke sie seit vielen Jahren, aber war noch nicht einmal in deinen Street... Was? Schäm dich. Was? Was? Warte, warte, ich zitiere. Oh mein, wo... Mo schinder! Wurde sogar reingeschrieben in den Chat. Von Rambo. Hast du schon S geguckt? Oh ja, hab ich. War richtig blöd. Ich spoilern! Ich spoilere extra für dich. Mein Spaß. Ich weiß, aber du kennst den Remake davon. Jane called me. She's taking the Explosion. hab ich doch gesagt was passiert mit dem haus schrauber warte auf andere spieler die nette frau im hintergrund kannst du bezeugen das war ich war extra nicht in seinem zimmer wegen seien geheimen fordert an dildos alles ist wahr du hast diese dildos um deine mutter zu bieten du bist so groß du brauchst du mit deinem luch ja okay dann ist es legitim junger wir sind gerade in deinem cutscene ich glaube es ist eher an mich und meiner freundin gewidmet ich weiß nicht wie lange ihr zusammen zu sprechen ich weiß nicht wie lange ihr zusammen zu sprechen ich will nach dem was oh 10.000 punkte haben wir bekommen und sheriff springt runter und der spot neben mir junge okay ich sehe nur wie ein fein nach unten fliegt alter er ist wieder da Naruto kunze 2 magst du Anime wenn ja schon Highschool ähm nein habe ich natürlich nicht geguckt irgendjemand was soll das sein alter komm jetzt mutter ich bin weg bis morgen Ich weiß nicht, ob du laut genug bist, dass andere dich verstehen können. Aber wenn es diese Kreaturen angeboten sind, wo ich meine experimentale Bühne entferne, dann gehen wir nicht vor uns. Bitte ein Sammel, aber es muss frisch sein. Also du musst es mir schnell zurückkommen. Okay, und wo genau ich diese Dinge finde? Ich habe gesagt, dass der Portamaster-Chap von ihnen erinnert. Ich bevorzuge mehr Black Ops 2 als 5 Nights at Freddy's, also von daher... Black Ops 2 Black Ops 2 Black Ops 2 Oh, da ist noch ein weiterer Händler. Oh, das ist eine Ne-Mission, nein. Händler ist hier. Ja, aber das war eine Ne-Mission. Wir wollen nur Haupt-Mission machen. Ja, man hört sich. Schnell auf, deine Mutter ist so fly wie Vasi's Ghostplay. Kommst du? Achso, stimmt. Wo ist denn? Ah. Entwurf Standard Höllenfeuer, okay. Nehm ich. Schwere Behau-Achse. Kurzes Ausbau-Achse. Nein. Was macht ihr da? Ja, ich fühle mich über die Kamera. Ich sollte mich shy. Macht dich um. Macht Platz für den Meister. Okay. Das ist sein Katze. Das ist sein Katze. Sieht man ihn? Ja. Müsste man. Na, ja, na. Au, au, au. Achso, er wollte nicht vor Kamera. Was, Jörg? Jetzt komm zu mir. Beil dich. Du kannst, Alter. Du warst nur zwei Meter an solchen Filmen von mir. Ich muss jetzt die Gewebeprobe von diesen Dingern da holen. Ja, ja. Hab ich Maximilian jetzt zurückgedisst? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Hast du im Ghostplane sitzen auf dem Knut? Auf Shadow. Warte, du musst dir mal Life of Boros angucken. Blitz. Kenn ich schon. Was? Habst du jetzt? Ja. 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 Junge. Ja. Hat uns auf der Karte markiert wo wir die finden oder was? Ja. Nice. Du musst jetzt fallen. Bringen sie nachts einen Flüchter zur Strecker. Ist es schon? Nein. Natürlich nicht. Du musst nicht schlafen gehen, doch. Flüchter sind eine spezielle Art von Infizierten, die für Dr. Ceres Vorstellung von Bedeutung sein könnten. Sie zeigen sich nur nachts in der Nähe der auf ihrer markierten Karte markierten Futterplätzen. Sie sollten sich auf eine Jagd nach ihnen begeben, sollten sie dabei besonders vorsichtig vorgehen. Da Flüchter sehr leicht zu erschrecken sind und äußerst schnell rennen können. Du musst schleichen, Bro. Okay. Dann hast du Schusswaffe, ne? Fick. Wieso hilft das? Ich blende die und dann schießt du auf die Runde. Okay. Okay. Schlaf nicht. Aber wir können doch nicht schlafen tagsüber. Aber wir können doch nicht schlafen tagsüber. Wow. Machst du schon eine Hauptschafts-Pillen? Haha. Niklas Driver. Shadows Luck ist legendär. Das sagt er schon die ganze Zeit. Niklas besser, Mann. Maxi, ich werde schon 900 Kilo schwer. Ich werde schon 900 Kilo schwer. Ehh. 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 13 Stunden später. Da auf der Karte, ne? Wie weit ist er? Das sind Sachen die man aufgeben kann. Oh, Alter. Das stimmt. Da sind ja Dings. Mull und so. Okay, Sheriff. Ehrenmann. Alter, alles ist leer hier. Heißt das, ich muss die anschießen oder was? Also brauchen wir die lebendig oder? Ja, ja. Was? Nein, du musst die töten. Dann, danach entdecken. Okay, ich hole meine, meine amerikanische 9mm Pistole. 2 Hard. Ich finde, dass du viel mehr Abos verdient hast. Oh, nice. Danke. Halt es mal, Sheriff. Keiner mag dich. Finde ich. Finde ich. Finde ich. Finde ich. Finde ich gut. Markus Kraus. Wazi, rede mal nur Russisch. Ja, Sukkablaid. Das Spiel. Oh mein Gott. Uhhh. Maximilian Jung. Und Wazi und die Frau im Hintergrund sind Ehrenmann und Ehrenfrau. Du hast vergessen zu schreiben, die nette Frau im Hintergrund. Nette. Der hatte den Namen. Ich würde da nicht hingehen, da wo ich eigentlich hingehen wollte, weil dort so ein Nachtviech auf uns wartet. Naruto Kunzenpai. Weißt du, was ich bei einem Date sagen kann? Habe bald eine. Hä, was? Beim Date? Äh, äh. Digga. Schatz, du hast noch nahe, bevor wir geküsst. Alle mit Jungen sind. Junge, äh, lass dich nicht von Sheriff beraten, sage ich nur. Ja, Riesel hast du auch gebracht? Schatz, Mann. Ist das deine Freundin? Ich sage nur Hundefilter. Boah, an meisten Stellen sind die da nicht. Ich weiß. Heavy. Doch, hier ist einer. Hast du einen? Warte, ich schleiche gerade. Oh nein. Oh nein. Oh fuck. Ich habe noch ein dickes anderes Problem hier. Autsch. Nette Frau im Hintergrund. Die beste Ehrenfrau. Ich habe ein anderes Problem hier gerade, Bro. Ja, Mann. Hä? Ich glaube, ich glaube. Ey, äh, da war gerade so ein Nachtviech. Ich weiß, Bro. Ach fuck, wir hätten den fast. Ja, aber... Fuck. Ich glaube, der ist jetzt auch weg an dieser Posi. Ich hätte ihn abgeschossen, aber da haben wir dieses Ding dort auf einmal. Warte, ich versuch dich zu holen, ne? Junge. Auf einer sichere Stelle, Mann. Hä? Auf einer sichere Stelle. Wie viele Kopfschüsse brauche ich, um so ein Nacht-Ding zu töten? So ein Brister? Eigentlich glaube ich nur einen. Hast du auch schon einen Schuss? Ich sehe einen, der gerade vor mir geht, aber er sieht mich nicht. Warte. Warte, ich komme zu dir. Ich schieße ihn jetzt an. Bitte, versuch ihn. Oh mein Gott. Ich glaube, er ist mit... Oh mein Gott. Zwei Schuss und der lebt noch. Der gute Kunde. Okay, Sheriff. Komm her, gib mir Tits. Die Chance gebe ich dir. Okay, da sagst du so, ähm... Ich habe sehr viel Geld im Portemonnaie. Bitte heiraten mich. Verblas mir ein. Das ist sehr guter Trick. Trick 17, nämlich. Ich habe... Ich habe ihn, ne? Nice. Aber hinter mich verfolgt hat so ein Ding. Okay, ich schaffe ihn. Ja? Nette Frau im Hintergrund. Und frag mal in Wahrheit, wie lange der Screen noch geht? Wie lange geht der Screen noch? Äh... Wie lange läuft der? Weiß nicht mehr. Ja, ich würde sagen noch eine Stunde. Ungefähr. Okay, Bro, wir treffen uns im Turm, ne? Okay. Wir waren hier so ein bisschen im Raum. Boah, diese Nachtviecher sind wirklich gerissen hier. Verfolger abgehängt. Ja, warte. Wir müssen nicht zum Turm. Fuck. Was würdest du tun, wenn du eine Million Abonnenten hast? Äh... Ich würde... Nur noch äh... Rappen und Scheiß-Content machen. In Spaß. Hä? Ich würde nur Shout-Off machen. Was? Welche Warnung? Warte, Bro, ich muss kurz was kaufen. Ja, weil er schon vom Rad gefuckt hat. Achso. Kommst du, Bro? Ja, don't worry. Komm, Bro. Wie einkaufen. Hä? Mit Haushaltskonto? Komm in, komm in. Hast du mir ja Jungs? Okay, cool. Frauenpower. Äh, äh, Frauenpower. Äh, äh, Frauenpower. Äh, äh, Frauenpower. Äh, äh. Äh, 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 äh. Ja, ein Schussweine Bezahlung. Ja, ein Schussweine Bezahlung. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Geh mal Alien-Nassonation. Also. Hm. Spielst du nicht Alien-Isolation? Was? Alien-Isolation. Was ist damit? Was spielst du das nicht? Ich werd das noch spielen. Ja, nein, nein, der war. Halte Hals faul als Sheriff. Äh, äh, spielst du doch selber. Der Ruto-Künstler-Party. Die nette Frau im Hintergrund. Warte, ich kenne wirklich einen. Wir sind bei einer Cutscene, bitte. Nein, ruf dich die Polizei. Ich weiß nicht, wie viel das bedeutet, lieber Junge, für mich, für alle uns. Ich werde dich unterhalten, wenn alles bereit ist. Du musst runtergehen. Viel zu tun. Viel zu tun. Nein, bleib einfach bei der Base, da bist du sicher. Ich glaube, ich mache lieber gar nichts. Oh, sie lecken dann aus. Hey, Corinne. Du bist da? Omar und ich gingen, um diesen Nast zu fliegen. Warte, du was? Oh Mann. Kannst du dich nicht zu mir teleportieren? Oben links müsste irgendwo eine Taste stehen zum Teleportieren. Eine Taste? Eine...oh, TASTE! Boah, Tasse, Alter. Oben links muss bei dir irgendwas stehen. Warte, hab ich schon mal geschnitten. Oh, sie hatte. Ich warte. Ich weiß nicht, was ich kenne soll. Oben links steht doch eine Taste zum Teleportieren. Gott dammit. Black Christiana select. Break in, break in, break in, break in, break in. Ja. Das ist stark. I'm on my way to get Rahim. Schatz, du hast doch eine PS4, du weißt doch, was Select ist. Oben links steht ein Text, was du drücken musst. Alter. Mazi, hast du die nette Frau mit der Grund gefesselt und lässt sie Dauerwerbung angucken und bei den Typen von mir vorlesen? Ja, ja. Alter. Boah, ich kann nicht mehr helfen. Die nette Frau mit der Grund soll, Sheryl, was denn? Weißt du, die Storys gerade voll intens, ne? Und jetzt sind einfach irgendwelche Scheißwitze die ganze Zeit runterkommt. Also hier mein Witz, kommt der Chef zum Arbeitnehmer. Warum arbeiten sie nicht? Ja, sorry, Chef, hat sie nicht kommen sehen. Alter. Von Tox hat dir einen Bitch-Snap gegeben. Demelisch. Demisch. Hä? Was? Alter, diese fucking Runner. Alter, soll's ne Anspielung sein? Sheriff, was machst du eigentlich? Ich bin Sheriff, muss rauchen. An die nette Frau im Hintergrund, die quasi jedes Mal, wenn er lacht, ein Bitch-Snap. Was? Nein, das mach ich nicht. Warum? Ja, kann ich gerne machen, wenn du unbedingt willst. Ich geb dir gleich ein Bitch-Snap, ich komm zu dir nach Hause. Sheriff, ein Bitch-Snap geht auf dir. Sheriff, das traust dich nicht. Okay, gut. Er hat gesagt, er ist gerade am Piss. So, erzählen wir mal kurz zu der Location dahin. Sheriff ist gerade auf der Toilette. Ich muss den ganzen Scheiß jetzt hier alleine machen. Na toll. Das ist die Gaming. Wo ist Bertha? Shotgun. Ja, ich habe in diesem Spiel noch keinen einzigen Shotgun gesehen, um ehrlich zu sein. Nette Frau. Ich kann das... Das ist so witzig. Eigentlich nette Frau im Hintergrund. Nette Frau. Bist quasi du auf die Backe. Du weißt schon, was... Auf die Backe? Das ist immer Popo. Wacke bedeutet Popo und ich möchte nicht, dass mein Schatz mich auf den Popo küsst. Vor der Kamera. Böser Zombie. Roll runter. Keiner mag dich. Los. Frau Ellen. Sheriff. Warum schlagst du jetzt in den Kommentaren? Ich muss auf die... Oh mein Gott. Du hast Spiels falsch geschrieben. Ich glaube schon, ich habe kein Wort verstanden. Warte. Warte. Wasis Schatz, kannst du ein Bild von Sheriff machen und in die Kamera von Vasi halten? Was? Nee, jetzt gerade nicht. Was? Vasi, kannst du mir helfen nach morgens Schule? Es gibt eine wunderschöne Methode. Geh zum Arzt. Tu so, als ob du Bauchschmerzen hast. Dann ist es ganz so... Nein. Lauf dagegen an. Lauf dagegen an. Stimmt. Lauf dagegen an. Das ist so schön. An die nette Frau im Hintergrund. Geh mal zum Babys Song. Ja, oder geh mal zum Babys Song. Ja, was soll ich dazu sagen? Hä? Dass du es toll findest. Ja, das Geschmackssache. Also... Also nichts Böses sagen. Hätt sich echt Mühe gegeben. Aber es gefällt mir halt nicht. Weißt du überhaupt welchen Song? Wie mein? Dieses Krabbach. Oder Bambab. Was? Hau und iss. Ja genau, den meine ich doch. Gezwungene Frau im Hintergrund. Gezwungene Frau im Hintergrund. Zeig dich mal. Ihr kennt mich ja eigentlich schon. Sie kennt... Ihr kennt euch... Ihr kennt sie doch eigentlich. Hi. Ihr kennt mich doch. Gezwungene Frau im Hintergrund. Die gezwungene Frau im Hintergrund. Soll ich kann wieder zocken? Durchsuch die Leichen, okay? Alles. Oh mein Gott. The fuck? Diese Lache. Oh. Rahim, woher du bist? Was sind das für tote Leute? Ich habe Omar's Körper auf der Überpass gefunden, aber keine Trache von Rahim. Ach, Rahim ist alleine losgezogen. Ja, was ist denn? Ich habe gesagt, dass du in der Träne gehst. Der wäre eigentlich doch noch nicht mehr als ich. Okay. Und müssen wir suchen sie in den Gebäuden des Zugdepots, okay? Na dann. Als nichts weiter ist. Oh Gott, den Sprung schaffe ich nicht, oder? Doch, den schaffe ich, mein Gott. Oh! Was ist passiert? Ich bin im Hintergrund bei dir irgendwas... Oh, ich habe Fertigkeitspunkte. Nice. Ich schlage auf uns auf. So, Fertigkeitspunkte. Yes, überleben. Die nette gezwungene Frau im Hintergrund. Kannst du jetzt das Foto von Scheriff machen und in die Kamera halten? Nein, schlag nicht. Nein. Gern sie, wie man eine Tattoo-Zahn-Fall-Einsatz hat. Schlag nicht. Nein. Hä? Eigenbau. Wie sagt er? Granatenmarken. Nice, nehme ich. Nice. An die nette Frau im Hintergrund. Oh, diese nette Frau im Hintergrund, ey. Ich finde das so geil. An die nette Frau im Hintergrund. Geh mal zu Vasi und durchkuschel seine Haare. Nein. Er will das aber. Geh weg. Also du hast keine Mütte, Mütte. Hört mal auf solche gemeinen Sachen. Schreib mal lieber nette Sachen. Ja genau, schreib mal lieber nette Sachen. Ganz genau nicht. Oh, nice. Gift Schaden, nehme ich. Vasi, ich habe eine gute Idee, wie ich nicht zur Schule muss. Ich werde taub eine Stunde lang Bibis Song hören. Real Hell. Ja, das ist ein guter Plan. Ja. Oh mein Gott, dieser Stunt. Schule ist wichtig. Nein. Weiß auf Schule. Hört nicht auf Sheriff. Du scheiß auf Schule. Oh mein Gott. So zweit ist irgendwie Sheriff. Weiß, ob Sheriff mit Dildos illegal dealt. Jammern. Illegal, legal. Das ist ein ganz legitimes Business. Ganz legitimes Business. Jetzt spawn dich zu mir. Ich bitte erstmal einen Zombie. Die nette Frau im Hintergrund, du bist nett. Danke. An die nette Frau im Hintergrund, du bist nett. Das ist Niklas Driver, der das schreibt. An die nette Frau im Hintergrund, küsst Arthur auf die Wange. Ich warte, Frau Lange. Okay. Als Maul Sheriff. Keiner mag dich außer Niklas Driver, aber nur weil ihr beide fett seid. Ja. An die nette Frau im Hintergrund, wir müssen mal quasi beim Zocken ab. Lieber nicht, das wollt ihr nicht sehen, ich bin roten schlicht. Aber warte, ich weiß nicht, wie wir die am besten töten können hier. Was? Mach ein Song. Ein Song. Ja, ich bin roten schul. Ich bin Scheriff. Ich stinke so fett nach Scheiße. Das ist schon ausgelöst. natürlich nicht die meisten liegen jetzt auf dem boden weil ich denen die beine gebrochen habe ich glaube der wollte sich anknabbern das war ein unfairer vorteil du warst schon oben ich bin schirp ich mache ein wettkampf und bin schon oben habe vorsprung ich bin scheiße was alles klar oh mein gott wir haben drei minuten 30 zeit zum nest laufen ja durch die tür woher war man kann nicht durch die tür raus wo wir reingekommen sind da müssen wir runter ja wir müssen durch die kanalisation und wir müssen ein bisschen schwimmen hier was denn auch bitte nicht da geht sich dass ihr was schlimmes kommen wird natürlich ja natürlich wer gewinnt wirdkampf nice dann squatte squatte auf die knie mit dir oh wer hat gewonnen die bombe geht gleich los ne mein gott sheriff ist ein schlechter vorbild ich bin fast tot ich bin fast tot schnell heilen meine fresse ist das intensalter wir stehen hier unter zeitdruck so zweite bombe steht was war das jetzt die letzte bombe oh mein gott was wie das nest verlassen ist das halt ernst glaubst du ich oh mein gott ich steck in der falle nette frauen hintergrund es gibt heute eine zombie apokalypse es gibt heute eine zombie apokalypse ja wow wusstest du das schon ja ouch ist kein geheimnis an die nette frau von vasi im hintergrund habt ihr haustiere ja kianosch kann man schneller schwimmen ist das ekelhaft hier rum zu schwimmen unser charakter hat ganz schön lungen alter so ich bin schon oben da bro das ist nichts gute diese du bist immer noch da unten oder ist kianosch auch ein instrument warte ist kianosch auch ein instrument wo ist rahim das ist ein trauriger tod ja rahim war blöd genug um alleine los zu gehen lukas und jetzt tanzen wir alle margarina was nein maximilian jungen wahrer ehrenscheriff meine frage wieso hast wieso hat sie eine freundin und du nicht berichten sie brecken von rahims tod gloria mitte frau im hintergrund sagt quasi ich mag seine nummer haben nein und 157 286 466 21 junge trinkst du russischen diesel was ja wieso soll ich zu einem scheiß ja sagen was du bist das schwul ja ich stehe auf stadt auf schwanz ja soll das so etwa klingen oder was dann sagt das auf russisch sag auf russisch da und dann richtig so du musst fragen wie er auf russisch steht dann musst du ja sagen was ist oh fuck ich bekomme ich komme gleich zu jedem zeug persönlich nach hause und gebricht nackenklatscher ja auf ihn kann auch blasen stelle wissen instrument also alle die über 18 sind weiblich alter naruto kunstern frei an die nette frau im hintergrund schack narrows hat schon mehr leute vermöbelt als ikea sehr geil was oh mein gott florian warum zu mir naruto kunn geil marcus trau warum zu mir naruto kunn geil ja wenn man so vorliegt ist es noch witziger ne marcus quasi willst du samichki ja was das für eine frage ist sheriff ein instrument meint ja er ist ein instrument doch ihn kann man auch blasen verdammt nochmal so lange man blond ist gut aussieht so lange man blond ist gut aussieht und schlank ist man kann ihn auch in den arsch blasen ha 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 ja was war man blond jürgen was für ein kack redet ihr denn vitten prestige ärgert sich voll die ganze zeit dass ich den namen falsch ausspreche prestige ist ja egal ist ja egal kommst du zu mir Ich hab auch einen Gaston gehabt. Bro. Ich glaub ich hab einen Gaston nur in der Hand. Hab ich grad gehört. Florian, isst du gerne Sucu quasi? Ja. Ah, nice. Liebe Frau im Hintergrund, kann man sie bestecken quasi? Kann ich nur mal nein. Das sieht ja. Ergärt dich das jetzt? Oh la, das ist ein Kressen. Gib einfach ihr Zeit. Sie braucht zu grüßen. Oh. Was zum Fick ist passiert? Ich kann sie nicht nehmen. Action wieder. Was? 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 Was passiert da gerade? Sheriff heils Maul. Warte, hier sind Personen. Oh Gott, die haben Schusswaffen. Alter, ich bin hier mega am strugglen. Nette Frau im Hintergrund. Bruchstoppen über meine Namen. X, P, R, E. Bro, ich hab hier alles im Überblick, ne? E, G, A, M, I, N, G, X, 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 X. Na, gute Kunden, das lese ich nicht vor. Komm nicht, was liegt da? Ja, was will er? Ich bin jetzt neugierig. Kennt ihr das, wenn Haustiere mit Stofftieren was machen? Was? Ja, das sind zensiert. Was, 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 was? Was ist denn? Also die Waffe will ich sagen. Nimm die doch. Hey, warte, wird die Waffe nur einmal gespawnt, oder was? Luca der King 12, kann quasi einen Chinesen Namen machen? Ja, ich, ich stopp sie dir gleich. Alter, oh mein Gott. Nette Frau im Hintergrund, spreche meine Namen richtig aus. Nein, ändere deinen Namen! Alter, schweig doch nicht so. Ja, tut mir leid, ich bin hier grad am struggle. Warte, ich helfe dir gleich. Nette Frau im Hintergrund, kannst du quasi einen Nackenklatscher geben? Ich geb dir gleich einen Nackenklatscher. Oh mein Gott. Eins, eins. Alter, ich werd grad angegriffen. Und es brennt hier alles. Es kommt Zombies. Junge, halt's Maul. Es ist grad mega am struggle hier. Willst du jetzt die Waffe haben, oder nicht? Ah, aber das sind keine Schusswaffen. Weißt du was? Weißt du was? Willst du ein Polizeigewehr, oder nicht? Ich sag jetzt extra Prestige. Prestige. Hä? Hab ich. Ich hab die gedroppt. Nette Frau im Hintergrund, komm mal runter, komm mal runter. Da ist noch einer am Leben, ne? Alles gut, war nicht böse, Leute. Hier. Es macht viel Spaß. Er ist tot. Dreamleck. Ja, weil hier alles gar so kompliziert hier ist. Nette Frau im Hintergrund, kannst du Sheriff ein Popo-Kick geben? Nein. Kommst du jetzt? Kommst du jetzt? Wir sind innen. Sie haben Zera genommen und weggezogen. Sheriff gibt's gleich Nackenklatscher, der ist mir egal. Nein, Spaß. Suchen sie nach, äh, Dr. Zere. Was? Warum? Warum hast du ihn erschossen? Hier oben ist ein Wurf, ne? Warum? Ja. Ey, von was werd ich geschl... Oh mein Gott. Die gezwungene, nette, Ehrenfrau, Powerfrau. Wieso bist du bei den Jungs anstatt in deinem Zimmer mit Pianos? Ja, weil's hier lustiger ist. Ja, warum ist hier so ein Wurf, ne? Oh mein Gott. Oh, ich kann Tarnung benutzen? Ja, nochmal. Oh. find ich nicht richtig gemäß. Ich hab grad ne Tarnung gemacht, ne? Ich weiß aber was war's. Ich muss mir sie mal anschauen. Ette Frauen hinterbotes. Sind sie auf Wurst? Sind sie auch Wurst? Ja. Ich hab mich jetzt grad voll mit, äh, gunsombie blut beschwert. Kommst du? Ich laf schon mal dahin. Ich hab keine Pistollemunition mehr. das war nicht maximieren der date hatte irgendwer anders so du meinst naruto sagt ich glaube naruto hatte jetzt ein date ja naruto kun hat ein date also als erstes musst du ganz viel anime scheiße als maul die ecke laufen wir müssen heute nacht jemanden besuchen das team ist gerade momentan neben sache nur die frau hintergrund ist wichtig ist das dein ernst zusammengeschrieben hat ernsthaft gefragt was mega netter für das vorlesen also das nervt schon langsam ich finde es hat mega nervig ja siehst du soweit geht es schon soweit geht schon du hörst dich an wie ein navi und ich liege auf dem boden kannst du mich retten obwohl eigentlich ich bin am ende des tunnels bro du kannst mich nicht retten das ist unmöglich ich bin tot alter dort ist keine chance waren dutzende von zombies in so nacht dingen dort an die nette frau im hintergrund tut mir leid verzeih mir ja ich verzeihe dir nette frau im hintergrund und hintergrund vor live netter war sie im vordergrund netter war sie wieso ist die nette frau im hintergrund bei euch nicht in ihren zimmern kianos was ich jetzt freundin können sie mich grüßen liebe grüße markus kraus ja schon langsam nervt einfach ich versuche mich hat die story zu fokussieren was ist die mit der grüße nette frau nette frau nette frau ich heiße christiane mit ch geschrieben sie heißt christianer ich habe auch einen namen und ich heiß nicht netter man im vordergrund ist das dein ernst nette frau im hintergrund frag mal war sie ob er sich eine kaufen tut irgendwann es heißt nicht kaufen tut kaufen tut ob er sich eine kauft fragt mal kaufst du dir eine piskie vielleicht irgendwann wenn es mit geld laufen wird christianer wieso sitzt du nicht neben arthur ja weil ich hier nicht beim streamen stören ich bin grad hier ne und die sind überall gegner ich glaube wir müssen hier mit waffen rumschießen gleich schrei mal barbuschka ja sagt max äh ist der katze böser mann in der kamera der stilg gaming vielleicht war sie tun nicht war sie tun sondern manuel neuer sehe ich aus wie manuel neuer vielleicht bin ich gar nicht manuel neuer ich glaube wir müssen nach oben klettern oder an die nette frau im hintergrund wie habt ihr euch kennengelernt welche farbe hat denn dildo was mag sie magst du mich alter das ist ja warte mal wir sind hier schon mal hochgeklettert ich erinnere mich ja das ist besser weil es hast du gerade welche getrunken ich sehe sie nicht ist viel zu dunkel da unten oh mein gott kletter doch hoch mein gott kletter noch langsamer ah hier ist eine leiter cool ich bin grad auf dem dach ne ja ich muss hier gerade oben ein bisschen clean weil hier oben gerade fall runter und er ist untergefallen ist eine hakenklinge kann man die gegner eigentlich verdienten irgendwie schnell töten und geräuschlos die gegner sind schon ein bisschen wie tat ich schießt den dreimal daneben und der bemerkt die schüsse nicht ich glaube diesen bisschen dumm guten tag die herr oh mein gott mein aim lässt gerade nach ja alles gut ich habe alle oben getötet die gegner haben wirklich gute waffen fällt mir auf also gute nahkampfwaffen ja unten die drei gegner die noch markiert sind die haben fernkampfwaffen ich habe den eingang gefunden hier rein so jetzt kannst du zu mir kommen wieder praktisch jetzt erst ich auch ich bin wieder da warte ist meine tochter nicht meine freundin das place der stilte kristianer im hintergrund sagt quasi so ganz loktisch hoch ist mein vater schreien nein maximilian jung christina ich heiße nicht christianer oder christianer kannst du dir einen youtube-account erstellen und über deine probleme reden was keine ahnung nein wieso nutest du die sachen nicht guck mal es gibt eine methode christianer das hätte ich den chat nicht mal vorlesen wenn krebs drin steht das ist das ist ebola over 3000 ich bin lustig nicht nur noch mal negel geld und nein es ist leer ist mit einem aufzug Scheiße, es ist gebrochen. Vielleicht kann ich es öffnen. Und wir sind in. Ja, habe ich aber keinen öffentlichen. Da ist ein Gegner, vorsichtig. Digga, wieso läufst du zu ihm? Brauche ein Taschenrechner. Dann kauf dir einen. Benutz dein Handy, das hat doch auch einen Taschenrechner. Ach, ich bin tot. Ja, wieso rennst du auch zu ihm? Wette mich. Die sind tot. Meinst du so? Wieso rennst du auch zu ihm? Hat der Vincent hier was Schönes? Nö. Ich muss mal mit der Munition ein bisschen hier sparsamer umgehen. Ja, ich hab... Okay. Hä, was hast du alles verballert oder was? Oh, Junge. Halt's Maul. Sie haben meinen Nachfall vorgelegt. Der Ismail. Der Ismail. Ismail. Was? Ismail Mehl. Tut mir leid. Ey, ihr mobbt mich auch die ganze Zeit. Ich mobbe auch zurück. Oh, geil. Alkohol im Kühlschrank. Oh, das sind zwei Gegner, die dich anstarren. Ich brauche einen Mappi, um den in den Weg in die Küche zu finden. Geben sie 100 Meter geradeaus. Dann sind sie falsch abgebogen. Ich sollte mal mit der... Oh mein Gott. Der macht gerade die Brücke hier. Nette Frau im Hintergrund. Gehst du gerne im Netto? Jupp. Diese Fragen, Alter. Ganz liebe und nette Frau im Hintergrund mit dem Namen Christiane. Welches Virus entsteht durch AIDS? Google mal. Junge. Prestige Gaming. Nette Frau im Hintergrund. Prestige. Ist doch egal. Ist doch egal. Das ist nicht egal. Ich sag einfach nur Gaming, okay? Gaming. Nette Frau im Hintergrund. Der Taschenrechner vorbei. Andy rechnet falsch. Dann gibst du falsche Zahlen ein. Wer freut sich auf die achte Stapel von The Walking Dead? Oh ja. Das wird geil. An die nette Frau im Hintergrund. Quasi könnt ihr wissen, mein Name ist Nikolai und... Oh, Nikolai. Bei so einem Namen muss ich doch grüßen, ey. Nikolai. Typisch quasi. Dien, die liebst du? Schön. Mann? Watt, das war's jetzt? Ich dachte gleich, kommt noch was. Oh, die Christine, die liebst du schön. Ja, das hab ich jetzt gesagt. Ach so. Ismael. Ja, weil ich habe dich nicht gemobbt, finde das auch nicht wundlich. Ja, tut mir leid, wenn du mich nicht gemobbt hast, dann nehme ich alles zurück. Ja, warum, Alter? Ich mochte dich immer. Unicorn Nuggets, was ist dein Lieblings-Eck? Unicorn Nuggets, ey. Und wo bist du, alter Freund? Kommst du runter? Hier ist ein Gegner. Niklas Driver. An die nette Frau im Hintergrund. Sind sie auch ein Instrument? Niklas. Gute Frage. Ich habe noch zwölf Schuss, ne? Bro, ich mach mir gleich einen Korak. Was? Ach, eine Korak-Machete? Alkohol. Ich habe noch nicht geschraubt, das erklärt mich an einer Szene in der Roomtool. Nette Frau im Hintergrund. Sag mal, sag quasi von mir tschüss. Oh, okay. Tschüss. Was? Quasi, wieso heißen die meisten Russischen Kindergarten? Was? Serg... Du meinst Sergei? Ja, jetzt weiß ich verstanden. Weil es ein ganz normaler russischer Name ist. Warum heißen die meisten Deutsche? Warum heißen die meisten Deutsche Schmidt oder Müller? Nette Frau im Hintergrund. Halt doch, mein Name ist super. Hashtag Andreas. Oh, hier ist ein Gastank für dich, ne? Was hast du noch? Hier ist ein Gastank für dich. Nice. Deine Lieblingswaffe. Oh, Bruder, warte, was ist es mit Alkoholflaschen? Nein, Kellen. Ey, nice Person-Munition. Oh, 30 sogar. Nice, noch eine Alkoholflasche, Bruder. Bitte, ne? Oh, Gewehr-Munition. Nein. Oh mein Gott, Bro. Ich trinke nur zwei Kurzen auf dich, quasi. Hier ist Munition. Jetzt heil dich, verdammte Scheiße. Zu spät, ich hab dich geheilt. Hast du Pistolen-Munition gegrabt und so? Warum sagt ihr alle nette Frau und nicht ihren Namen? Wie heißt sie denn? Ja, wie heißt sie denn? Das hab ich ja schon ein paar Mal gesagt. Meinst du das hier eigentlich mit Munition aufstocken? Ja, ich hab's auch gelesen, Max. Oh, hier ist noch mehr Munition, Bro. Oh, hier ist noch mehr Munition, Bro. HSV! Also ich komm, der Schnelle ist eine Kojak-Machite und verbessert mich. Vergiss nicht, die Kojak-Machite nur benutzen wegen Runner, ne? Markus Krauss. Quasi, Sex oder Zocko. Einen Alkohol hab ich mega geil drauf, Bro. Kein Alkohol. Kein Alkohol. Ich dachte, du hattest genug Alkohol. Ja, viel Kohl kann ich. Was ist der Preis, Motherfucker? Was ist der Preis, Motherfucker? Was ist der Preis, Motherfucker? Und dann noch ein paar Dings? Nice. Ich hab's aufbekommen. Hier war eine schwere Kiste zu knacken. Was ist jetzt? Wow. Fleischhachmesser. Hier liegt noch Munition rum, ne? Falls du es nicht aufgehoben hast. Und hier auch. Alter, wie viel Pistolen-Munition hier ist. Max, das war nicht böse gemeint. Alles gut. Oh, hier sind Katzenbilder. Ich hab' meinen großen Stamm geschrieben was. Deswegen hab' ich zurück. Was, du hast, bekommt man nix mehr Munition? Andreas, nette Frau im Hintergrund. Fahrt auf quasi bezüglich mit Peter. Bruder, willst du Alkohol haben? Ja. Wie viel hab' ich denn eigentlich? Oh, ich hab' 1,14 Alkohol. Unicorn, da geht's. Ich kann nichts dafür. Ich hab's laut vorgelesen, aber mit keiner Antwort. Was soll ich machen? Hier, ich hab' äh... Oh nein, gib mir 13 zurück. Markus Kraus, wasi, du hast Freundin. Sex oder shoppen? Was? Shoppen. Shoppen. Bro? Oh, warte. Weil ich sammle auch Alkohol wegen Kodek Machete. Ich warte, ich warte. Ich warte, ich warte. Ich warte, ich warte. Ich warte, ich warte. Ich warte, ich warte, ich warte. Ja, liebe Grüße. Super Charm, wasi, ich hab' neun Tage Geburtstag. Ah. Geil. Cool. Hab' ich's gehabt. Max. Ja, meins war auch nur ein Witz, mach dich ganz toll. Ich warte dich auch ganz toll. Ich hab' mit Frauen-Power. Alter. An die böse Frauen... Oh. Nein. Oh, 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 oh. Bro. An die böse Frauen... Ja? Hier sind ähm... Ja, ich war' an Anime. Ich bin auch ne Nerf-Frau. Aber wenn du zu den Gewehren hingehst, dann kannst du die Munition vor denen stacken. Was? Pistolen-Munition schon voll? Oh Gott. Alter, wie viel Munition wir jetzt haben, ne? Hä? Aber unnormal. Das heißt aber auch nichts Gutes, ne? Wow. Warte. 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 Psych-Munition- tiver. So, ich bin ready, ne? Bistolen-Munition aufgeschockt, und Gewehr-Munition hab ich auch schon über... Markus Krause, Sheriff, 166. Warte. Maximilian, Jung, Justiane, wieso bist du bei Basien Sheriff wenn du mich auch ganz doll magst? Der war gut. Hä? Web, Ein Tafoll, was soll das denn heißen hier? Super ist eh. Ciao! ich habe jetzt eine deutsche 9 mm pistole weil die besser ist als die amerikanische hat wie viel schaden macht mein gewehr okay mein gewehr macht mehr schaden als ich mag so mädchen animes aber auch so jungs und naruto magst du hinter ist wo kommst du jetzt endlich hier unten sind gegner mit waffen ist noch einer irgendwo oh gott das sieht schlimm aus hier schießt noch den kopf junge du gehst nach dem zweiten gegner dauernd maximilian jung hast du gehört christian in der basie hat dich ignoriert als du meinen letzten sagt also kommst du auch zu mir kannst du auch sheriff mitbringen let's roll each gaming sheriff der begriff freundin ist ein fremdwort oder wieso legst du schon wieder auf dem boden sauber ja geht schlecht wenn dort gegner sind warte ich komme ja schon junge ich war direkt vor dir ja genau mach doch narutokunst sind bei ich auch ich liebe narutoo sehr schön hab ich mir schon fast gedacht bei deinem namen tot tot zahlen schon mal tot waffelboxen games etc oha wie viele mangas hast du dann von narutoo da gibt es doch voll viele roh kommst du ich bin grad richtig intensiv hier gerade was der hat den schalte alter da hat einfach dings irgendwas in die luft gejagt dort nicht bin instant gestorben nein war ein scherz war nur spaß dass ich euch alle lieb lieb und sheriff am meisten denn er ist ja irgendwie wenn er meine mutter hat mein ehrenvater alter ich glaube jetzt hast du dir selbst in bock geschossen boah den hohensohn hole ich mir jetzt hier oh hier ist noch mehr munition ne oh ich muss jetzt ernst auf junge was ist das los mit dir ich muss jetzt ernst spielen bro ja weißt du spielst du nicht ernst aber töte dich bitte jetzt nicht wo bist du du bist da oben schon mal was von taktisch spielen gehört die auch gute nacht narutoo so da ist noch einer ich dachte du bist so gut in call of duty aber nicht mit deinem kaffee und du bist schon wieder da und du bist schon wieder da mangas im staffelbox kommst du bro rich geht oder was ich hab äh full muni max muni ist nix 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 ich hatte früher auch mangas aber ich hab die verkauft oh shit was wenn du dich gleich auslesen kannst schießt nicht mit raus was wenn du dich gleich auslesen kannst schießt nicht mit raus ja gechillte frau im hintergrund brauchen die die shisha ja gelegentlich auch dass man da das von da ist mich hat müssen auch zurückkämpfen Oh Gott, was passiert gerade? Oh mein Gott. Ja, wow. Nee, Bro, die müssen wir jetzt richtig gehen. Oh, sie sind jetzt richtig Jetzt wird es richtig erst interessant und du gehst weg? Ach, was kann man aus rankommen? Okay. Ich bin weniger interessiert, wenn du dich sprechen möchtest. Doktor, als ich in Ihrem Erlebnis verhindern. Sadistisch, er ist ein altes Mann. Geh dem Doktor ein Frist-Aid. Und zie Creme zu den Päten. Ich habe Zera gefunden, aber bevor ich ihn habe, kann ich nicht mehr. Oh Gott, jetzt haben wir so eine geile, geile Waffen gehabt. Oh Gott. Was? Was, warum, warum das hier ist? Was ist das? Ich dachte, es war ein wenig, was war ich? Was ist denn jetzt ein Türkei im Karatell? Das ist gemein. Hier sich nicht. Er sagt eine Dreckschleuder. Was ist los mit euch beiden? Ich habe es nicht vorgelegt. Du weißt, dass das Spiel weiter geht. Wie? Wenn ich auf Pause mache, geht das Spiel weiter, by the way. Bro? Alter, du wirst ganz von Zombies angegriffen. Ja, Waffe. Ja, wie denn? Halt's den Maul. Ich bin direkt gestorben, nice. Pech gehabt. Pech gehabt. Was müssen wir jetzt hier die ganze Zeit überleben? Oh, Gott. Fuck. Ja, ich habe ein scheiß Gasrohr. Bissi, bissi, der Mann im Spiel ist scheiße. Echer Mann. Kriegt man hier auch irgendwie gute Waffen und nicht so scheiße? Komm schon, ihr scheiß Zombies. Was? Tot. Der nächste bitte. Oh, fuck. Über fünf Stück sind schon mal tot. Tot. Sechs. Ich habe ein fucking Gasrohr, das macht auch nicht viel Schaden. Ja, weiß. Mein Gasrohr ist besser. Sieben. Prestige Gaming. Komplett. 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 Ich habe schon die Beete von Samarov aus dem Spiel. Eta. Was ist das denn für... Okay, nice. Nehm ich. Du bist auf dem Spiel da. Neunfasern. Hi. Ach, wir haben sogar keine Mildi-Kids mehr. Maximilian, junge Zombies, zwang Scherriff in deinen Leistungsverbrust geknickt. Verweckst du das nur dran? Oh, Tarnung. Der, der dem Mann in den Beinen schlopft. Das ist nicht schlimm. Das passen wir vermutlich auch. Der, der dem Mann in den Beinen schlopft. Das ist nicht schlimm. Die Kinder sind lecker. Findet es auch. Ich glaube, ich habe einen Lieblingshafen gefunden. Was kommt denn jetzt hier? Auch High School of the Dead oder High School of the Dead. Das habe ich dir einmal gezeigt. Hier oder runter. Ja, aber weiß ich jetzt nicht. Ich habe schon so viele Animes gesehen. Ich habe einen Hammer gefunden. Oh, oh, okay. Oh, shit. Die Mahide sieht sick aus. Oh, guck mal, wie schön. Ich habe einen Container als Geschenk verpackt. Über den Shop. Was ist das, wenn Sheriff sich mal in Days schlopfen? Daisy. Daisy. Wenn ein Sheriff sich Daisy holt. Oh mein Gott. Das ist ein fucking Shaga, Alter. Oh mein Gott. Ich liege auf dem Boden, kann nichts machen. Ja, ja, wow. Ich, wie soll, wie, was sollte ich denn machen? Bro, kannst du mir helfen, oder? Bro, das schaffst du nicht? Oh mein Gott. Habe ich dich? Doch, hast du. Oh mein Gott. Warte, ich trickse ihn mal aus. Ich komme zu... Wieso tötest du dich? Hey, ich habe mich getötet. Du bist gestorben. Er hat mich selbst umgebracht, schnell. Er hat mich mit dem Punch da weggehauen. Wie viel Schaden macht eigentlich die Markete? 87, okay. Boah, Alter, one hit. One hit? Ja, bro, du musstest auch schlau machen. Du musst nicht die Strikes zu charge. Bis die mir in die Falle kommt. Kannst du mich retten, oder? Ja. Oh mein Gott, hier oben sind die... Es sind bessere Waffen, fällt mir gerade auf. Es sind ganz schön viele Böller oben. Wie habe ich denn reagiert? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich fände mich immer hinter so ein Ding. Will ich überhaupt da leben? Oh Gott, der schmeißt Steine. Oh shit, das ist ein fucking Tank und kein Chaga. Oh Gott. Geh mal zu mir, komm zu mir, er chargt dann hier. Teig dir weg aus dem Bock. Komm mal zu mir, er chargt gleich so. Oh Gott. Geh mal gegen die Staffel, chill. Ich komme hinunter. Der ist weg. Weg und jetzt wollen wir was wieder. Erdsoft. Ja, komm mit hier hin. Hinter der Steine. Gott, Alter, das ist richtig intens gerade. Geh weiter zu der nächsten Staffel. Ach, schau. Ja, komm mit hier. Hey Bro, lauf gegen Staffel, lauf gegen Staffel. Ja, isser. Wir müssen den Rammer gegen Schweigslaufen lassen. Ja, was machen wir denn die ganze Zeit? Er ist gestunnt, er ist gestunnt. Nein, das ist für der Tonne. Komm mal, andere Zombies. Boah, fuck. An die nette Frau im Hintergrund, wie klärt man Frauen? Immer Komplimente machen die ehrlich gemeint. Lügt doch nicht. Ehrlich die Komplimente. Vertraut nicht, Sheriff. Vielleicht ist die nette Frau im Hintergrund nicht die nette Frau im Hintergrund, sondern Manuel Neuer. Kann sein, weiß man nicht. Also hast du so krass Probleme gerade nur einen Zombie zu töten? Hinter dir, hinter dir. Er ist gestunnt. Nein, ist er nicht. Er rennt zu dir. Bro, Bro. Weiß ich nicht. Lauf. Der geht zu dir. Ah, sein Rücken-Ding ist schon abgefallen. Nice. Der geht zu dir. Der geht zu dir. Oh Gott. Ich mache es mit Stein. Alter. Komm at me, Bro. Ich schmeiße die ganze Zeit Steine, ne? Zu dir. Autsch. Das hat weh getan. Steh doch auf. Wieso liegt er so lange auf dem Boden? Meine Fresse. Oh, der ist gestunnt. Cheeseburger oder Chickenburger? Chickenburger. Lauf weg. Bro, der ist ja Rücken. Der ist mega schock. Oh. Da kommen Gegner. Hä? Da siehst du mich doch verhofft. Da kommen voll viele Zombies gerade, ne? Da sind drei Runners, ne? Oh Gott. Ich habe Probleme, Alter. Ich fühle mich dann... Nein! Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Alter. Bro, du weißt, ob jemand scheiß Runner fehlt. Da... Wie? Oh, oder man schneidet einfach den den Kopf ab. Oder doch. Gut. Zweiter Runner ist tot. Jetzt kommt noch ein Runder. Der geht zu dir. Gut. Oder? Nein. Oh mein Gott. Ich leg auf den Boden. Broker, kannst du mich retten? Ich habe Max gecrankt. Ich habe einen Cheeseburger ohne Käse bestellt. Alter, was ist da alles ein Shit für eine Kacke gerade? Bro. Der ist doch schon tot. Oh Gott, lauf weg. Ja, wow. Ist er laut? Ja, natürlich. Ich bin aufgestanden und dann hat er mich wieder direkt weggekickt. Nette Frau im Hintergrund. Fragst du dir den Kopf, was ich zeigen kann? Dann habe ich eine bessere Norde in der Schule. Peter? Denkst du, du kannst mich noch retten oder nicht? Dann bin ich tot. Maximilian Jung, da kennt ihr den jetzt von Umme und Hopp. Hast du gehört? Sitzt von Umme und Hopp. Keine Ahnung. Gamer Kassels. Hallo an die Truppe. Ja, hi. Ich bin ein bisschen aufgerufen. Maximilian Jung. Unge, wie nennst du dein erstes Kind unungewollt? Oh mein Gott. Übercharf. Gute Nacht hier, gute Nacht, gute Nacht. Maximilian Jung, mit Hand auf die Pfad. Ich habe gerade meine Machete repariert. Warte, lass die Run an mir. Ich habe eine gute Waffe gegen die jetzt gerade. Oh! Ja, weil ich in dem Gast dann war. Ne. Ich fahre mit dem Gast dann. Digger. Oh! Oh! Hm? Bist du auch vor? Nein, er ist ein Bruder nicht. Noch? Ja. Oh shit. Vielleicht ist die Wette von mir nicht nett, sondern böse. Komm schon, mach ihn fertig. Tot. Nice. Was? Was? Nein, nicht wieder. Oh nein. Du hast ein bisschen Qualitätsentertainment für meine Mann. Too schlecht, es ist eine eine-zeitige Leistung. Das wird nur die Inevitable prolongieren. Aber versuchst, das beste von mir zu machen. Na? Lass niemand sagen, ich habe dir nichts gegeben, Crane. Okay. Was kommt jetzt? Wo sind wir die? Achso, da. Was? Deine Leistung nicht mehr als eine Überraschung, Crane. Die G.R.E. wählt sich operativ auch. Oh, shit. Lower die Plattform. Was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Oh, das sieht ja geschlaß aus. Alter, weil es gerade ein käftiger Kampf war. Ach, geht doch. Chaos, Crane. Chaos ist der richtige Ordnung der Dinge. Aber zu sagen, dass es nicht so ist, ist das größte Folle. Ich versuchze mich zu demonstrieren. Assam, kannst du mich hören? Loud und klar. Publish the fire. Right away, Sir. Und da. Easy, Sir. Herrik. Ich versuchze mich zu viele Menschen innen! That's was du mit deinem Chaos zu bekommen! Du wißt, was in so einer Folle war, hast du, Crane? Du sprachst nur so meine Punkt. Die G.R.E. planen zu weaponieren das Spiel. Nicht zu curieren. Sie sind nur interessiert in profit. Also nicht zu saveser Leben. Und indem die Richter sie ihre Worte werden, du dich interniert hast. Pachtender. ok kill ihn Doc, komm, lass uns hier raus Green oh save these people they don't deserve 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 Crane what are you waiting for? shoot him sorry Doc oh 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 Nein, nein. Bro, Explosion! Nicht Explosion. Lass uns vorspielen. Hey, hier geht's nicht zum Ausgang. Ja, wo ein Sörer denn? Ach so, sehe ich gerade. Boah, Alter, war das heftig. Sandy? Ich habe einen Weg aus der Arena. Jetzt habe ich einen HAL-Ass zurück zu Brecken. Gamer-Cousins. Wie war sie der letzte von uns? Nein, bitte, geh weg! Was ist denn so? Warum kommt das überhaupt denn raus? Hä? Was ist denn? Ja, nein. Lass doch fast zwei, ist doch nicht draußen. Prestige-Gang. Quasi zock mal wieder Stains Row 4 mit deiner Freundin. Wohin aus. Hm? Haben wir das schon gespürt? Nein. Oh, wir müssen das auch machen. Ich weiß. Ja, wir können ja auch nichts dafür. Wieso, wenn unsere Sachen... Wir können nicht mehr laufen, ne? Was wollen wir gleich noch? Wir müssen das auch machen. Ja, wir müssen das auch machen. Wir müssen das auch machen. Ich will das auch machen. Oh mein Gott. In diesen Safe House haben wir nicht gecleared. Egal, das ist nicht gut. Wir müssen zum Turm gehen. Was? Bei den Umständen doch nicht. Nein. Hä? Wow, man kann nicht auf die Zombies drauf springen. Aber warum? Nein. Nein. Halt. Ich krieg schon wieder einen Anfall. Agility Level warst du? Statt 8 Level? Agility Level 9. 8. Warum fragst du? Level 9 und 7. War 9 Agility und 7. Okay. Alter. Ist das ein Ronder? Ich bekomm schon wieder einen Anfall. Sarah ist offen. Nein, nein. Sarah. Sarah ist tot. Sarah ist tot. Quasi du hast mit deiner Freundin Sands Robe vorgespiegte komische grünen Charakter. War ich da die Hexe? War das das? Nein, du warst bei Sands Robe nicht dabei. Er redet gerade über Dings. Niklas, kick den mal bitte, der gerade seine Freundin erwähnt hat. Danke, Bro. Danke, Bro. Bro. Weißt du, wo es noch streng sind? Niklas. Niklas. Das hast du gut gemacht auf Harry erwartet. Das war sein Channel und so. Der hat dir direkt mitgegeben. Shit. Aber ehrlich. Man hätte einfach zu ihm sagen können, er soll sowas nicht mehr sagen und mich direkt blockieren. Bro, du bist eigentlich der letzte, der sagst du nicht. Ich bin. Ich bin. Niklas. Ich bin da nie so was er geschrieben hat als letztes. Niklas, wenn du mehr auf Sheriff hörst und nicht auf mich, dann wirst du gar nicht kein Moderator mehr sein. Oh, Bro. Sag mal, was gemeint du mit Niklas? Dillma. Weißt du, dass das nur ein Spaß war? Er hätte ihn nicht mal geblockt, er hätte nur Nachrichten. Dillma. Dillma. Da steht, wurde von Niklas aber darauf blockiert. Bro, chill mal, er macht das gleich wieder zurück. Dillma. Unsere Ausrüstung. Das ist nicht so aggressiv, Werder. Du weißt doch, Niki ist ein guter Freund. Du nur wegen so nem Spaß kannst du nicht ernst meinen. Ah, wir sind zweite Insel. Nein. Oh. Maximilian Jung. Dann bin ich Basis Moderator. Du war da wohl direkt ersetzt. Aber wenigstens haben wir unsere Waffen wieder. Haben wir? Ja, da ist doch beim Spielerversteck im Lager sind unsere Waffen wieder. Achso. Und ich würde sagen, ich bedanke euch an alle, die bei diesem Livestream heute dabei waren. Mit so viel AIDS und Ebola. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Dying Light Livestream wieder. Bis dann. Danke zu Niklas Mann. Everything went down.